Hi. Kenne ich dich? Ich bin kein Ork-Söldner. Richtig. Genau so war's. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der ist recht selten. Ja, das ist er. Xardas. Xardas ist Magier. Richtig. Es war sogar ein recht mächtiger. Kann ich dir helfen, alter Mann? Ja. Renvik ist mein Name. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Tja, so ist das. Wie bitte? Tja, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, Renvik war es. Nicht wahr? Hast du was geraucht? Ja, das wäre ganz reizend, mein Sohn. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Da kann ich mich ja gleich wieder meinen... Äh... Äh... Ver... was? Verwirrt? Gewiss. Äh... Was wollte ich denn gerade machen? Ja, du bist vollkommen irre, Mann. Ja, das bin ich zuweilen. In der Tat. Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Ich hab's vergessen. Äh... Und jetzt? Mir fehlt nur noch ein Büschel Kronstöckel. Und dann? Äh... Äh... Wie bitte? Was willst du mit dem Kram? Äh... Ich hatte doch gerade noch... Kannst du mir Alchemie beibringen? Beibringen? Ja, ja. Das kann ich natürlich auch. Äh... Kann sein, dass ich was da habe. Schau mal nach, mein Sohn. Hier ist Alis Artefakt. Hier ist das Amulett von Ilja. Hier ist dein Arnstein. Hier ist deine Sklavenliste. Hier ist dein Nebelgeist. Hier ist der Tribut von José. Hier ist eine Flasche Schnaps. Was will ein Mann wie du mit einer solch seltenen Pflanze? Stirb! Äh... Ja! Den haben wir ordentlich in den Arsch getreten. Naja... Ja. Naja... Naja...